Ja, hallo meine lieben Leute, hier spricht wieder einmal für euch Nemanja Petrovic und herzlich wieder willkommen zu meinem nächsten Video. Heute werde ich über meine Top-Kommentare sprechen bei Google Plus, auch allgemein über meinen Freunden und die werde ich natürlich auch heute erwähnen bei Google Plus. Ich würde mal sagen, ich fange mal mit meinem ersten Kandidat an. Ich möchte nochmal Kevin Sikirab begrüßen, mein Kollege. Was geht ab, mein Kollege? Ich hoffe, du hattest einen schönen Morgen gehabt heute. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt heute und nochmal einen sehr großen Grüße an dich. Ich möchte mich ganz herzlich auch bei Kevin Sikirab bedanken, dass er mir immer tolle Kommentare schreibt bei Google Plus und dass er immer als guter Freund zu mir steht. Das finde ich einfach klasse an dir, Kevin. Und einfach nochmal vielen Dank an dir, dass wir uns so nach dieser Zeit uns kennengelernt haben in der YouTube. Und ich danke mich herzlich, dass du mir zum ersten Mal deinen Kommentar geschrieben hast. Und unsere Freundschaft soll uns weiter begleiten, Kevin. Und bleib einfach stark, mein Kollege. Und ich sag's dir einfach zum letzten Mal, lass dich einfach von diesen Scheiß-Haters nicht provozieren und pfeif einfach auf die. Und was auch Disaster of Master, was an Master of Disaster angeht, auf diesen Typ musst du auch nicht mehr beachten. Weil genieße einfach deinen Tag, Kevin. Genieße einfach deine Arbeit, egal wo du bist. Ich bin für dich da, falls es Probleme gibt. Auf jeden Fall nochmal Grüße an dich, Kevin. Dann will ich noch niemanden begrüßen, nämlich Carola. Dich will ich auch einen ganz lieben Gruß sagen. Nochmals vielen Dank, dass du mir zum ersten Mal deine Kommentare geschrieben hast bei mir in Google Plus. Und es freut mich, dass wir uns beide auch kennengelernt haben. Es macht mir einen Riesenspaß, mit dir immer wieder Kommentare zu schreiben. Und ich danke auch für deine tolle Worte, Carola. Und du bist einfach super Kollegin von Kevin, eine super Freundin. Und auf jeden Fall bin ich auch stolz, dass du mich auch in Google Plus gefunden hast. Und danke, dass du mir übrigens heute Kommentar geschrieben hast bei meinem Video. Ich habe es übrigens gelesen. Und es hat mich richtig Freude gemacht. Nochmals Dank für deinen Kommentar. Ich weiß, meine Videos sind sehr Hammer. Und ich werde mein Bestes geben. Und nochmals einen ganz herzlichen Gruß an dir, Carola. Und mach dich bitte nicht so fest Sorgen um Kevin. Es wird schon alles gut werden. Du kannst jede Zeit zu mich melden. Du kannst immer zu mir kommen. Und wenn es Probleme gibt, kannst du dich immer bei mir melden. Wege das hast du mich gefunden im Google Plus. Einfach eine Manja Petrovic eingeben. Und da findest du mich auch im Google Plus. Nochmal einen Riesengruß an Carola. Dann will ich noch einen dritten Kollegen begrüßen im Google Plus. Liebe Grüße an Ronny Möller. Nochmals an dir. Vielen Dank für deinen Kommentar. Habe ich auch heute gelesen. Ich danke dir auch vielmals für dein Feedback. Danke, dass du mir auch Kommentare geschrieben hast. Und es freut mich, dass du mich auch gefunden hast im Google Plus. Du bist auch ein sehr toller Freund. Ein cooler Typ. Und es freut mich, dass du auch mich kennengelernt hast. Ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe. Nochmal danke für deinen Kommentar, Ronny. Und ich habe deinen Kommentar auch heute gelesen. Nochmal vielen Dank. Du gibst mir immer guten Feedback bei meinen Videos. Und ich wünsche dir auch übrigens einen schönen dritten Advent. Ich weiß, es ist vorbei. Es war schon gestern. Aber ich sage es dir jetzt trotzdem bei diesem Video. Dir auch einen schönen dritten Advent. Und ja, meine lieben Freunde, das war es mit meinen Videos. Mehr habe ich da nicht zu erzählen. Das war es. Das ist alles, was ich habe wollen sagen. Meine Top 3 Kommentare im Google Plus. Ich habe meine 3 Freunde vollgestellt bei Google Plus. Und ja, das war es mit meinen Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr mir wieder mal gerne Kommentare schreiben bei Google Plus. Ich würde mich freuen auf euren Kommentar. Und wir hören uns später. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut. Und bis zu meinem nächsten Video. Ciao, Leute. Ciao.